Dann bin ich halt gestorben. Also Frontale angreifen darf ich auch nicht. Ja, habe ich auch nicht. Ich weiß, kann man irgendwie Waffenwechsel machen. Ja, schön mal gleich BOOM! Ja, ist auch okay. Man, jetzt passiert. Ja. Das war's für dich. Achso, ich hätte mal... Ja, aufleinen! Geil! Guck mal, ich leb ja noch. Ja, geil. Ja, du bist ein kleiner Wicht im Garten, Zwerge. Ja, wieso Level 12? Ich bin auch Level 12 noch. Ja, das war's für dich. Ja, das war's für dich. Ja, komm! Ja, das war's für dich. Ja, ich bin ein kleiner Wicht im Linden. Jan deixa's nicht mehr. Ich bin jetzt kleiner Wichtный. Du hast noch keine Zeit, du hast noch Glück. Ja, das war's für dich. Ja, das war's für dich, du hast. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Unseren Grafsprung hat's erwischt Ja, mir auch egal Problem wahrscheinlich sehe ich jetzt hier Ich kann in ein Gefecht nicht abhauen Was ist das denn für eine Scheiße? Auf der Flucht Uns Unbekannte Okay, finde Bäre Ja, machen wir das dann Finde Bäre ist ein Heller Ist doch das Was ist das denn für ein Kack? Hallo Banani Mein Freundle Hallo Ich will da landen Ich will da landen Kann man da nicht landen? Du kannst ja alles kann ich nicht Müdige Nerv Immer am sterben Ja Ja, warum Ja, hab ich den Buschi gestopft Ja, was haben die für Schilder? Power, Power Rocketastriebe? Oh, ich hab kein Problem Wieso bricht meine Schilder? Mein, kann ich auch ein Tunnel Drücke 0 Drücke 0 Ja, wie denn auch Also kann ich die Mission nicht weitermachen, weil ich irgendwie unerdoof bin Ich will mich nicht bewerben Ich will mich nicht bewerben Ich gebe sie zum Planeten Fangen wir nach unten an Wie geht's dir? Das ist doch viel wichtiger Mein Junge Wie geht's dir? Schlebeck Hat mich nicht geschaffen? Jetzt endlich wochenkönig Du sagst es Du sagst es Und ich habe Hunger Oh 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 Vielen Dank Das letzte Schiff ist hergesprungen Und dann wieder verschwunden Ohne auch nur zu grüßen Wie Aber unser Grafantrieb ist Naja Ziemlich alt Und hat wohl den Geist aufgegeben Hat den Geist aufgegeben Jetzt hat also die System gestrandet Klingt ja Als würde eher Klemme stecken Irgendwas sagt mir, dass ihr mich gleich mit Hilfe fragen wollt. Äh, was ist denn das? Eisen. Ich hab Eisen im Feuer. Wir zahlen viel mehr, als es eigentlich wert ist. Was ist denn das? Was ist denn das? Das ist nur wieder kaputt. Schild hoch und Feuer! Waaat? Wir sollen schon wieder Feuer haben. Was ist denn da los? Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Ha ha! Äh, ich dachte, ich hab ihn jetzt eingeloggt, ja. Also, wieso geht dann einloggen, ne? Ja, aber wie lockt er ich nicht ein? Na jetzt? Sie können nicht mehr springen. Ja, wir auch nicht mehr. Ja, was ist denn da mit dem Kindergarten-Kacke hier? Ja, das ist doch keiner, 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 kacke, ich könnte jetzt echt mal kotzen. Das ist doch, das ist doch, das ist doch, das ist doch, das ist doch viel so kacke. Also, das ist, das ist, weiß ich nicht, das Problem ist, er triggert, sobald er ein Name auftaucht, Gestacht wird er. Sobald im Chat ein Name auftaucht wird er, wird er getriggert, ein neuer Name auftaucht. und ich hab eigentlich auch gescheitert, Bots soll er ignorieren aber er rafft ja nicht, dass er ein Bot ist das liegt wahrscheinlich daran, dass es ein echter Kanal ist, ein Konki-Bot ist ein echter Twitch-Kanal, den gibt's ja wirklich, das ist kein mechanischer Bot oder so deswegen rafft er's nicht und Emma wird ja die Wirtschaft an sich reißen das ist eine Frage oh man ja, eee danke wo, Banani ja, ich muss mit Baby-Judas eigentlich viel zu hoch nimmst du warum das wieso das ist eine Rucke, verstehe ich jetzt nicht ich bin jetzt pleite ja, ich muss mal es ruckelt ruckelt es bei dir auch, Banani? das ist kacke das ist doch so alles kacke oh es ist alles kacke wenn mal was klappen soll wenn mal was klappen soll dann klappt das nicht ich muss mal hier mal bearbeiten hier, guck mal guck mal das ist leicht wenn das aber nicht es geht ja, ich verstehe nicht warum einmal wieder ist das Internet im Arsch ist da alles kacki oder was ist er jetzt von mir ach so, sind die Tücher, Belohnung, Kanalpunkte ja, ich muss die Huda mal runter setzen was ist eine Frechheit ich weiß auch gar nicht, warum ich so viel gemacht habe eigentlich soll ja ein Bild auftauchen als Fluppen eigentlich so ein Flip-Flubi machen mhm, aber egal so dann machen wir wieder dann machen wir wieder könnt bei mir noch einen Grund haben weil ich nie mehr was gemacht habe bei meinem Eindruck war doch gar nichts und auch wenn darf jetzt mein PC nicht äh, muss jetzt mein PC muss jetzt mein PC egal sein ja, hier draußen gedacht das war das Weltall das ist so warum Captain, benötigen Sie meine ich benötige eine Gemeinhilfe mhm finde Adafallplan finde das Adafall auf dem Planeten.com.elf ich finde die dann reisen wir da hin ich finde das schade, dass ich keine Füße sehe und so jetzt dürfte ich nicht mehr ruckeln englisch Eifer wirbschnümmel ich glaube warum spiele ich mal was anderes oder? was meint ihr? Theorie, God of Duty oder was ganz Neues ich will eigentlich nur noch Story spielen hier in so einer Höhle kannst du vielleicht deine Mining-Fähigkeiten einsetzen Sushi Alter, Pesu da ist schon mehr nötig oh, danke das war ja voll krass nett da ist ja sehr dumm hier wie ein Bärenarsch ist so dumm wie ein rasierter Bärenarsch hier öhm ähm öhm 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 Das ist aber nicht Bin ich hier richtig? Ich liebe ja tiefe schwarze Löcher, aber das hier Mach ich mir ein bisschen Atronium Können wir doch immer gebrauchen, oder nicht? Ich weiß ja nicht, was ich davon bin, aber Öh, ne Wieso, ich habe doch eine Tascheln dabei Oh, guck mal Was ist das? Was ist das? Ow Das war eine Anni, hast du gesehen? Du warst Zeuge Zeuge des Großen Ja Das war's? Krass Ressourcen Das ist ja richtig krass Begib dich zum Planeten Nession Machen wir Planeten Mession Wir fahren nach Mession Und der Mession Mession Ich habe das Gefühl Wunsch mal möchte ich mich erschießen Und sonstiges Was soll ich denn damit? Komische Skulptur Nur das alte Fakt ist wichtig Das muss ich behalten Das muss ich behalten Das ist dann Was irgendwie Kack Waffe irgendwie wegschmeißen kann Das ist dann Heiligypiyoghurt Das ist dann Hickelypiyo-Joghurt ja immer alles rein ja alles reingeballert was da ist mann 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 hallo ich liebe euch ihr könnt mir helfen weil ich ich spiele spiel immer wieder das spiel aber verkehrt man wie das geht rausschüffel mit leveln gibt es da so unterschied finde adriana würde ja gerne landen jetzt darf ich dann das ist bitte sagt mir bescheid ob es roge ton kacke ist die webcam der typ kacke ist das spiel die mann bei dir bei euch so wunderbar lebendige welt noch sind es lauren gefahren ist auch schnee oder sand da schnee im dunkeln ort entdeckt aua das war nicht verlassen würde es hier verlassen sein würde hier keine treten herum treten ich bin ja ich weiß ja nicht ich kenne mich hier nicht aus ich bin so ein kleiner messi merke ich gerade schon wieder ohne werkbank aber wie geproduzierte kompetenz dieser gegenstand kann als komponente herstellen und verwendet werden ja herstellen warum soll ich jetzt herstellen warum tauchregel widerstand warum warum soll ich jetzt herstellen was habe ich davon was hat was was und ja was was war